Guten Tag, ich möchte Ihnen heute die neueste Entwicklung des Tektos Antriebstechnikprogramms vorstellen, nämlich den sogenannten Pi-Gamma, der momentan eingeschert ist, sodass wir 180 Grad umlenken in Form eines Pi und im Endeffekt die Kette umlenken mit einer integrierten Lagerung. Das Ganze ist ein modulares Konzept, ein Sandwich-Baukasten und in diesem Sandwich-Baukasten sind die Lager schon mit verbaut, nehmen also die Kräfte der Umlenkung auf. Sie müssen das nicht direkt auf der Motorwelle lagern und damit die Motorwelle beaufschlagen. Wir können das am Ende auch zerlegen, indem wir hier diesen Einleger rausschrauben, dann läuft die Kette zur Seite raus in Form eines Gamma. Das heißt, wir haben ein 2 in 1, 2 in 1 Gerät, das Modular aufgebaut ist. In welchen Größen gibt es das Ganze für Sie? Das Ganze wird heute angeboten in 5 Größen, von 6 Kilonewton Betriebskraft bis 65 Kilonewton Betriebskraft und kann in verschiedensten Branchen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Entertainment-Industrie, im Stahlwasserbau und vielen Antriebslösungen, in denen eben eine Rundstahlkette ihre expliziten Vorteile ausspielen kann. Im Endeffekt, die Sandwich-Bauweise ermöglicht es, dass wir hergehen und die Teile, die mit der Kette in Kontakt kommen, die Führungen, so ausführen, genauso die Ein- und Ausfädler, dass die entweder auf Schleißfestigkeit gepolt sind, indem wir gehärtete Bleche einlegen oder auf Laufruhe und Geräuscharmut, wie es zum Beispiel in der Entertainment-Branche, Veranstaltungstechnik gewünscht wird, indem wir Kunststoffteile einsetzen. Das heißt, das modulare Konzept hier erlaubt es uns, sehr viele Branchen und Anwendungen anzugeben. Wenn man jetzt diese Teile hier entnimmt, erzieht man sofort einen Gamma. Das heißt, die Kette ist umgelenkt um 90 Grad oder eben einen anderen Winkel zwischen 90 und 180 Grad. Wenn ich jetzt das Deckelement entnehme, sehen Sie hier die Lagerung, die integrierte Lagerung. Und hier kann man auch nochmal ganz wunderbar sehen, wie eine Umlenkung um 90 Grad erfolgt oder eben um 180 Grad und das alles mit einem und demselben Bauteil. Dersuch, ein 프로ア마фondery und zehn Mitas und elf Suchlfarbe Klos ומנה ! ! ! ! !